moin grüß gott und herzlich willkommen in schäffau am wilden kaiser hier in zimmer nummer 561 in der kaiser lodge in schärfer bin ich gerade angekommen und das auch nur für eine ganz kurze nacht zum gourmet festival der auftakt des gourmet festivals in schäffau am wilden kaiser im schönen tirol in österreich ich zeige euch schnell mein zimmer das hier ja ganz schön ganz nett ist und schön großzügig keine suite aber ein schönes geräumiges doppelzimmer wir kommen hier gleich mal rein zur rechten seite haben wir hier erst mal die toilette mit bewegungsmelder geht hier das licht an das klo und ein kleines waschbecken mit seife dann hier im flur weiter haben wir hier den schrank schön groß geräumig mit einem bademantel und bettwäsche für die kälteren tage und da haben wir ein safe allerdings ohne steckdose aber ja ein kleiner safe für das nötigste reicht das völlig und hier noch mal eine koffer und taschen ablage wo ich mein gerümpel schon hingestellt habe wo man einiges andere hinstellen kann vor allem zum beispiel nasse ski und wanderstiefel und so weiter dann gehen wir mal wieder zurück diese schöne dieses schöne bild ist ganz schlau wie ich schon festgestellt habe hier hinter verbirgt sich die verbindungstür zum nachbarzimmer mit magneten festgemacht hält das ding da oben dann schlau gemacht und sieht gut aus hier ist dann das badezimmer ohne tür man kommt hier rein und hat dann gleich die badewanne und da das schöne große waschbecken da hängt bereits für mich der bademantel ich werde wahrscheinlich nicht brauchen da ist eine wellness tasche mit wahrscheinlich dem üblichen gedöns drin wie schlappen genau und noch mal ein handtuch sehr gut hier unten befinden sich auch genügend handtücher und die seife direkt bei den zahnputzbechern und kein plastik einzel gedöns sondern seifenspender und hier bei der dusche schön verdeckt durch diese zwischenwand sie eine doppeldusche kann man sich auch zu zweit duschen und ja hat hier genügend platz und genügend ablauffläche das ist schön groß da kann eine ganze familie gleichzeitig duschen und dann hier im wohnzimmer sozusagen schlafzimmer eine kleine kofferbank ein kleiner schreibtisch wlan übrigens hier kostenlos und sofort ohne passwort verfügbar hier ist das schöne große bett ein kleines telefon das logo der kaiser lodge dahinter ein fernseher ist hier auch noch und dann werfen wir noch einen wunderschönen blick hier raus aus dem balkon beziehungsweise das ist ein kleiner französischer balkon andere zimmer haben großen balkon hier ist der blick auf das haupthaus und der naturteich mit badeteich daneben in der abendsonne von schäfer und hier sind noch die anderen zimmer man sieht einige haben große balkons meiner hat jetzt hier gerade nur so einen kleinen französischen aber mir brauche ich auch nicht für die eine übernachtung und da hinten ist ein großer großer spielplatz jetzt weiß ich genau jemanden eine kleine süße person die jetzt ganz gern bestimmt dorthin rennen möchte ist aber nicht dabei ja hier unten restaurant plätze von der terrasse ja sehr schön sieht toll aus und hier startet heute für die nächsten tage das gourmet festival in schäferau das ist der grund warum ich hier bin so weit so gut hiermit verlasse ich euch und wünsche euch einen schönen tag und auf bald tschau servus und alles weitere seht ihr auf www.legormand.de und bitte vergesst nicht den kanal zu abonnieren und euer like zu hinterlassen tschau servus